Liebe Mitbürger und liebe Mitbürgerinnen, am Samstag darf ich den Kultursommer Rheinland-Pfalz in Germersheim eröffnen. Ich freue mich sehr darauf. Es ist ein besonderer Kultursommer, nämlich der 25. Wir feiern also Jubiläum. Es soll ein Kultursommer sein, ganz nach dem Motto Der Sommer unseres Vergnügens. Humor steht also in diesem Jahr im Mittelpunkt. Vieler, vieler Theateraufführungen, aber auch von Musik, von Tanz, alles was Sie sich vorstellen können und was die Kultur zu bieten hat. Und dass ausgerechnet in diesem Jahr der Witz, das Kabarett, die Satire einen ganz besonderen Platz hat, das freut mich ganz besonders, wodurch auf der politischen Bühne so viel über Meinungsfreiheit, Pressefreiheit gesprochen wird. Und selbstverständlich stehen wir zu unseren Grundrechten und sind stolz darauf, dass wir viel zu lachen haben, manchmal uns das Lachen auch im Hals stecken bleibt, aber all das gehört eben auch zur Satire und zum Witz. Ich freue mich, wenn Sie am Samstag nach Germersheim kommen oder eine unserer vielen, vielen Veranstaltungen besuchen. Auf ein wunderbares Kultursommervergnügen. Ich freue mich, Sie zu sehen. Ich freue mich, Sie zu sehen. Untertitelung des ZDF, 2020